Musik Ja, du kennst vielleicht Geisterbahn Oder vielleicht auch Geisterstunde Vielleicht sogar Ghostbusters Aus den 80ern Musik 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 Aber Heiliger Geist Über so etwas Schräges Da könnte auch wenn nur wir in der Kirche reden Denkst du vielleicht Aber der Heilige Geist Der kann dein Leben total auf den Kopf stellen Zum Guten Wir schauen dir in der nächsten 7 von 7 an Was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat Es würde uns freuen Dicht zu sehen Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020